Hallo? Hallo. Guten Abend. Sagen Sie mal, können wir bei Ihnen auch diese schönen Sammlerpüppchen kaufen? Nein. Die Kika-Late-Puppenstube. Heb ab. Call in. Such aus. Hab lieb. Jetzt wird's aber echt albern. Hau ab. Und schalte diese Kitschbeleuchtung aus. Hallo? Hallo, hier ist die Frida Riege. Ihr wisst gern, wieso meine Zukunft steht. Die Kika-Late-Astro-Hotline. Heb ab. Call in. Lay back. We know. Mit ihrem Star-Orakel. Bernd das Brot. Das ist albern. Sag mal, was sagen jetzt die Karten über meine Zukunft, ey? Okay. Dass sie mir ein Auto-Quartett gegeben haben. Sechs Zylinder sticht. Aber ich kann sagen, dass es bei dir in nächster Zukunft zu erheblichen finanziellen Einbußen kommen wird, wenn du weiterhin diese sauteure Hotline anrufst. Okay. Und was sagen die Sterne? Die Sterne? Nun, wenn sie nicht nur unbelebte Gasriesen wären, die Millionen von Lichtjahren weit weg sind, würden sie sagen Knampf. Knampf oder was? Krass. Super. Klasse. Da kann ich mich voll drauf einstellen. Danke, liebes Orakel. Bitte, hoffnungslos verwirrte Anruferin. Und ihr da draußen. Hört endlich auf, hier anzurufen. Die hören sonst nie auf. Es ist spät. Geht ins Bett. Ruft nicht an. Es ist ja nicht so, dass ihr hier was gewinnen könnt oder so. Die Kika Late Quiz Hotline mit unserer hübschen Quizmasterin of Charms Bikini Bernadette. Kika Quiz Hotline. Heb ab. Call in. Lay back. Let's win. Warum kann ich meine große Klappe nicht halten? Auf und. Eck. Ab. destruierung.